Moment mal, es geht um einen Wasserrohrbruch. Und wo soll der sein? Es gibt noch keinen. Sie sollen einen machen. Was machen Sie in meiner Wohnung? Nun ja, ich wurde gerufen, um eine Reparatur durchzuführen. Passen Sie doch auf! Mein Name ist Peter Tucholski. Was ist denn nun passiert? Ich habe gerade ein Angebot von dem Herrn bekommen, dass ich in seiner Wohnung sein darf. Das ist doch sicher auch Platz für Sie. Echt? Halten Sie sich daraus. Was meinen Sie? Jetzt hören Sie mir mal zu. Nein, Sie hören mir mal zu.